Wie können soziale Innovationen dazu beitragen, dass man gesellschaftliche Herausforderungen angemessen bewältigen kann? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Soziale Innovationen, was ist das überhaupt? Es sind neue Ansätze, die die bestehenden Systeme hinterfragen, auf gesellschaftliche Veränderungen eingehen und sogar Lösungen für diese finden. Ein klassisches Beispiel ist die Sozialversicherung. Aber suchen wir noch ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Stellt euch vor, das ist Anna. Sie lebt in der Nähe des Viktoria-Sees in Kenia. In ihrem Dorf gibt es keine Bank und die nächste ist 50 Kilometer entfernt. Der Bus fährt einmal am Tag und ist teuer. Zu Fuß bräuchte sie mehrere Stunden. Das ist ein Problem, denn wie sichert man ohne Bank und ohne Online-Banking sein Geld? Wie wäre es mit einer sozialen Innovation? Hier das mobile Bankgeschäft oder auch Mobile Money genannt. Durch dieses virtuelle Banksystem können User über ihr Handy Geld ganz einfach mit einer SMS verschicken, entgegennehmen und ansammeln. Und das ohne ein Bankinstitut, das dahinter steht. Es ersetzt die fehlende Infrastruktur und fördert das Wirtschaftswachstum. Diese soziale Innovation hat sich mittlerweile weltweit verbreitet und erlaubt Millionen von Menschen eine schnelle, sichere und einfache Möglichkeit, um Zahlungen zu tätigen und Geld zu verwalten. Hast du vielleicht eine Idee, wie man durch eine soziale Innovation die heutigen Herausforderungen bewältigen kann? Dann komm zu uns an die FAU.